Ja, auf der Wetterkarte sehen wir ein kräftiges Tiefdruckgebiet über den britischen Inseln. Und dieses Tiefdruckgebiet sorgt dafür, dass doch den Hochsommer der Gar ausgemacht wird. Aber keine Angst, so richtig kalt oder kühl wird es auch nicht. Also, es sieht so aus am Wochenende, insbesondere am Sonnabend, noch mal Temperaturen so um die 25 Grad. Das kann man durchaus als Sommer bezeichnen. Es ist dabei so ein bisschen wechselnd bewölkt. Also ein Mix aus Sonne und Wolken. Ab und zu kann es noch mal ein Schauer oder ein kurzes Gewitter geben. Bei Betonung liegt auf Kann. Es ist natürlich so, dass Schauer und Gewitter nur örtlich begrenzt auftreten. Und muss man sagen, Kann muss aber nicht. Der Sonntag dann auch eigentlich dann wieder ein relativ von der Bewölkung durch wachsender Tag. Also so ein Mix aus Sonne und Wolken. Ab und zu kann es auch noch mal einen kleineren Schauer geben. Aber das wird auch nicht viel werden. Temperaturen dann ein klein bisschen kühler. So 22 bis 24 Grad. Mehr dürfen wir am Sonntag nicht erwarten. Der Wind spielt am Sonnabend nicht die große Rolle. Kommt aus westlichen beziehungsweise südwestlichen Richtungen. Wird dann allgemein schwach bis mäßig. Frischt zeitweise so ein bisschen auf. Sonntag wird ein Schippe raufgelegt. Da haben wir den frischen Wind. Da kann es dann auch mal ein bisschen böig werden. Also wer da auf dem Wasser ist, sollte das beachten. Also da kann es doch schon mal mit Windstärke 6 in Böen doch recht ruppig werden. In der nächsten Woche sieht es so aus, dass uns das wechselhafte Wetter erhalten bleibt. Temperaturen werden sich einpegeln. So im Bereich 20 bis 23 Grad. Dazu wieder Wechsel von Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Und das wird wahrscheinlich bis zur Wochenmitte oder auch sogar bis zum Wochenende anhalten. Ja, dann gibt es jetzt erstmal eine Woche Pause, so wie es aussieht. Und wir sehen uns dann wieder in 14 Tagen. Bis dann.